Jetzt vorne Tut, tut nicht Oh Gut Gut In 10 Minuten werden Sie fürchterlich das Gefühl dafür bekommen Und es wird fürchterlich viel Spaß machen Bei all dem Spaß bitte niemals vergessen Abstand halten Und so fahren, dass ich immer noch stehen bleiben kann Nicht, dass irgendwas passiert Und die Leichtung, dass es wird Die Leicht sinniger wird Man fängt zum Tratsch an Bitte immer mehr im Hinterkopf Gehalten, Abstand halten Und auch so fahren Nicht zurückschauen Das passiert uns immer wieder Dass eben, wer dann zurückschaut Und von dem Denk in den Nasskopf Die Leichtung Dann müsst ihr aber schon vorher drauf fassen Weil diese Leichtung dann fällt auf Also immer im Hinterkopf Wo man vor Nicht zu übermittelt werden Gut Dann Hätte ich gesagt starten So Wir fahren jetzt 3 Minuten Aber jetzt sind wir in den Turm und Backup Bitte, 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 bitte Bitte, bitte Bitte, bitte, bitte Nicht vorbringen Schönern Aber wenn er nach dem anderen kommt Was ist so jetzt? Dann kommt zu euch Schönern Ich schätze das Schönern Vorher Schönern Sie Schönern Abstand halten Ja Ein Schönern Viert Dann 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 Oh, danke. Das war die Mauer. Das war die Mauer. Das war die Mauer. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Abstand! Ja! Abstand! Ein Unfall ist schon gegeben! Geil! Es ist ein Einzigeres Geil! 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 Es ist gut, Evelin. Evelin, geht's? Ja, ja. Sorry, ich bin auf einmal nicht mehr. Genau, einfach nur das Gericht, ich darf ein bisschen starten. Immer schon, bitte, wo man lang wird. Immer schon. Ach so. Sie haben es? Ja. Ja, wir sehen uns jetzt weiter. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020